willkommen zurück das sage ich eigentlich zu mir selbst denn ihr wart ja da ich war ja die letzten zwei wochen weg eigentlich war ich die letzten vier wochen weg wer mir auf social media folgt weiß ich habe ein drehbuch geschrieben und zusammen mit dem change man und das dann auch verfilmt und deshalb war ich unterwegs und jetzt bin ich in einem neuen spiel unterwegs und zwar heißt das hunt showdown und um es gleich zu sagen ich mache es eigentlich falsch denn eigentlich ist das ein koop spiel zwei gegen zwei und zwei und zwei also mehrere zweier teams gegeneinander irgendwo geschossen ihr seht hier torkeln lauter so zombies rum kann man erschießen kriegt dafür erfahrungspunkte und so weiter aber da hinten schießt noch wer anders und wer schießt ist immer ein menschlicher spieler guck ich mal geil ob ich wohl raus finde wo der ist wenn er denn noch mal schießt das eigentliche ziel ist aber auf die auf dieser ziemlich großen map ein monster zu finden eine spinne um genau zu sein und um die zu finden muss man erstmal verschiedene hinweise finden und um diese hinweise wieder zu finden kann man hier so eine dunkle zaubersicht anmachen da wo sowas blau leuchtet da gibt es dann hinweise und dann verkleinert sich die map und dann findet man irgendwann raus wo das viech ist ich gucke jetzt mal ob ich hier hochklettern kann das geht hier hört auch alles was man wie macht macht geräusche und geräusche sind immer schlecht dann dann finden einen die monster ich muss aber jetzt eben diese kack spinne finden die wird wohl irgendwo wird wohl irgendwo weiter in der mitte der map sein manchmal hat man auch glück oder pech wie man es nimmt stolpert also gleich in dieses viech rein aber dass mir jetzt erstmal noch ein bisschen zeit ja normalerweise ist man wie gesagt zu zweit unterwegs ich dachte mir für den anfang spiele ich das mal alleine dann muss ich mich nur über mich selbst aufregen so da hinten muss auch schon so eine spur sein da ist ein anderer jäger das klang so als hätte ich da jemanden niedergesteigt das klatschgeräusch oh das ist so ein gepanzertes viech da habe ich jetzt keinen bock drauf guck mal gerade hin ob ich da tatsächlich einen erwischt habe vielleicht hat der auch noch einen kollegen dabei da liegt er kann ich jetzt looten dann kann ich mir diese munition nicht mitnehmen und dann kann ich eben jetzt hier diese spur untersuchen und finde jetzt die map wird kleiner also das monster ist irgendwo hier in dem bereich da hinten wird schon wieder geschossen munition mitnehmen natürlich ist das bei diesen überlebensspielen auch immer um munitionsknappheit kurzer blick also die ganzen zombies die bringen natürlich alle erfahrungspunkte aber wenn man geräusche macht ist das natürlich auch immer das problem dass die anderen das hören können so wie ich jetzt gerade höre dass da hinten jemand rummalert ja so krähen und sowas wenn man die aufscheucht das macht eben alles geräusche und andere können das sehen und natürlich hören deshalb ist es am geschicktesten ein bisschen klein zu bleiben um sich hier zu verstecken das ist so ein fieses vieh ich kann den mal auf mich aufmerksam machen und dann hier diese sprengkiste in die luft jagen habe ich zum einen die krähen gekillt aber das vieh steht noch jetzt steht er zum glück hinter so einer absperrung kommt da wohl nicht zu mir hin also kill ich den schnell denn das gibt eben auch erfahrungspunkte jetzt will ich aber wissen wo da hinten geschossen wird feuer ist auch eine sehr tödliche waffe wenn ich also hier diese hunde habe und die möglichkeit die da anzuzünden dann mache ich das auch wobei natürlich dieser schuss ich jetzt wieder verraten mit ein bisschen glück geht der dicke da auch noch ran zündet sich selber an aber aber kein glück ich will wissen wo da hinten geschossen wird und wunde sind ätzend da hier diese hive tanten sind auch ätzend wenn da so viel geschossen wird ist da vielleicht sogar schon der boss denn normalerweise muss man nicht so viel schießen oder irgendwer hat sich gerade in eine richtig schwierige lage gebracht das zielen ist übrigens ganz merkwürdig man muss die rechte taste halten und dann wenn man da nochmal genauer zielen will shift beziehungsweise ich habe es mir auf steuerung gestellt weil meine steuerung ja immer verkehrt ist da ist also eine spur da gehe ich mal da hin hier wurde aber eben auch vorsichtig schwer rumgeschossen jetzt mal gucken hier da hinten auf der das muss ihm richtig weh getan haben das läuft da jetzt auch in so ein monster rein und die tante auch noch jetzt wird es aber knapp das ist eben so eine das ist eben so eine Bienenkönigin gewesen oben läuft aber hoffentlich ist das kein spiel oh nein das ist ein hive bewegt mich einfach nicht äh ein tank oder sowas bewegt mich einfach nicht habe jetzt hier auch noch so eine spritze die kann ich mir gerade mal rein pfeifen um meine gesundheitspunkte ihr seht sie da unten rechts wieder aufzufüllen scheinbar sieht der mich wirklich nicht denn dann macht der mich leider direkt platt komm geh zurück auf deinen geh zurück auf deinen punkt fuck eieiei jetzt einfach mal hoffen dass der nicht so schnell rennen kann wie ich kann er auch nicht das ganze rumgeschieße ist jetzt natürlich total blöd halt halt um denn ich kann das hier gar nicht nachvollziehen ich spring rüber wo da andere gegner sind aber die wow wegfindung von dem Viech ist leider sehr gut wow wow ja hoffentlich kann da keine Leitern steigen puh das hat ein bisschen weh getan und jetzt seht ihr eben jetzt heilen eben von meinen drei gesundheitsknutzen leider nur die die nicht komplett leer waren jetzt wird da hinten schon wieder rumgeschossen das heißt da muss ich jetzt eigentlich auch direkt hin klingt auch nach der feuerrate klingt es danach als wären das eben auch wieder zwei aber erstmal loote ich hier noch die burschen denn so schnell kann man oftmals nicht alleine schießen der andere ist glaube ich irgendwie im wasser gestorben da ne dem kann ich nichts mehr looten also eigentlich müsste ich mich ja darauf konzentrieren dieses monster zu finden aber es ist natürlich auch ah ja okay das haben die nämlich hier das hat man in einem geballer gehört die spinne erledigt und wenn man so eine spinne also den boss erledigt hat ich bin genau dran vorbeigelaufen kann ich den messern gar nicht dann muss man da noch so ein Beschwörungsakt machen und das seht ihr ja links oben 16% ist dieses banishing das verbannen des monsters schon fortgeschritten und wenn es 100% sind dann lässt dieses Viech eine belohnung fallen und die muss man dann einsammeln jetzt bin ich also höchstwahrscheinlich alleine gegen zwei ich kann also jetzt versuchen da rein zu gehen und die zu killen ich kann aber auch darauf warten dass sie wieder rauskommen dass sie wieder rauskommen jetzt muss ich gerade noch mal auf den Markt gucken also direkt hier drinnen da wo die wo das aufbrennt das macht alles Geräusche ich kann auch warten bis die rauskommen und ähm dann müssen die nämlich zu einem Extraction Point rennen alles voller mit der ich dachte das wäre ein Spieler da in dieser in dieser Scheune wahrscheinlich shit mal gucken naja und dann werden die wahrscheinlich nach oben irgendwo fliehen da sind dann die Ausgänge wundert mich dass die gerade nicht angezeigt werden Frage ist will ich da alleine reingehen und mit zweien aufnehmen schwierig oh hier mal nach oben hier scheint die das war lustig da stell ich mich jetzt nicht hin ich hab ich hab hab ich jetzt meine Lampe angemacht hey so ist er an so ist er aus die Liebe ist natürlich total unnötig ha 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 das war auch lustig er hat mich hier nicht gesehen deshalb hab ich ihn einfach verkloppen können wer schießt denn da wer schießt denn da schießt doch auf mich oder nicht ne irgendwer legt sich mit diesen Tanks an das wäre natürlich meine Gelegenheit da die Reste zu kriegen so jetzt ist oh oh schweißt einer Feuer nach mir ah da unten liegt das Bounty hm Bounty das heißt ich hab mir das jetzt einfach geklaut muss jetzt natürlich abhauen ich kann aber in kurzem Moment zumindest wow ganz viele da die anderen sehen warum komm ich hier nicht durch aber die können mich leider auch sehen denn denn wenn die ihre Special Sicht anmachen dann äh blitz ich da auf wie blöd kurz hier durch sehr gefährlich Tor zu und jetzt kurz überlegen wo kann ich denn hier eigentlich wo kann ich denn hier extracten fuck seh nicht schon ach da und da oh Gott das ist ja völlig falsch ja jetzt heißt es fliehen hinten kommen die anderen die sehen mich aber ich sehe zumindest für 8 Sekunden ihr seht es links unten kann ich äh die auch sehen aber was ich hier mache ist natürlich auch super risky ich werde jetzt mal schauen wie ich auf schnellsten Wege zum nächsten Extraction Point komme aber ein Bounty liegt ja da hinten noch eine Belohnung das heißt ich hoffe so ein bisschen weil ich ja eh nicht auf ein Team äh Kollegen angewiesen bin dass die sich einfach um dieses andere Bounty streiten könnte auch ein Snickers sein ich weiß man kann sowieso alleine immer nur ein so ein Ding mitnehmen mein Gott lass mich in Ruhe kann auch nicht unendlich sprinten fuck äh naja das kann ich gerade dann verkraften blöde ist der Extraction Point zu dem ich laufe der ist auch immer noch ziemlich nah an deren Punkt dran könnte mich jetzt auch ja kämpft ihr da hinten nur das ist mir ganz recht naja mit dem halte ich mich nicht auf hier so über freies Fell zu laufen ist natürlich auch super gefährlich gerade weil man im Wasser auch nicht besonders schnell ist aber das Aiming in diesem Spiel ist ist ja auch noch Early Access auch noch recht unausgereift lag manchmal so ein bisschen deshalb hoffe ich einfach dass mich sowieso keiner treffen würde hier schnell nochmal heilen perfekter Stopp drei Wetter taft gut gibt's ja alles gar nicht mehr und jetzt ab nach Hause es ist bislang auch immer die eine Map das heißt wenn man die kennt weiß ich nicht ob einem das wirklich hilft wahrscheinlich nicht jetzt scheint es hier auch noch gleich wieder so eine Zone von äh Monstern zu geben also so eine heilige Kirche die hier treiben sich bestimmt noch ein paar Viecher rum denn dieses Modboss Monster das wird eben immer zufalls generiert irgendwo hingesetzt manchmal ist es eben auch hier ignoriere ich alle wenn man also ein Pferd vorbeikommt das macht eben auch Geräusche also es gucken wie er schneller laufen kann sieht mich nicht sehr gut, sehr gut, sehr gut sehr gut es ist nicht mehr weit bin fast da aber ich dachte gerade das ist jetzt das Geräusch von irgendeiner Falle oder sowas denn es gibt gibt auch so Bärenfallen und sowas die kann man dann einsammeln und auslegen ich habe das Gefühl ich schaffe es die Fernkampfwaffe wechseln hier seht ihr auch unten links meine Lunge ist wohl schon ganz schön angeschlagen man kann eben sich verschiedene Jäger auch aussuchen die dann unterschiedliche Fähigkeiten haben und mit der Zeit eben auch dann verschiedene Traits freispielen etwa längere Ausdauer jetzt nochmal gucken ne ist keiner hier sehr gut oder besonders cool schnell schießen mit dem Revolver allerdings erst in Level 36 aber wenn das so weiter geht das ist mein erstes Match mit diesem Jäger dann kriege ich den vielleicht auch irgendwo auf Level 36 wo war der? das ist mein zweites gewesen werdet ihr gleich sehen denn jetzt habe ich überlebt schleppe mich also zurück ins Menü und verdiene jetzt hier meine ganzen Erfahrungspunkte wenn man nämlich stirbt dann kriegt man nur die Hälfte von allem beziehungsweise man verliert natürlich auch den Jäger und seine Ausrüstung deshalb kann ich mir nochmal angucken was habe ich hier alles gekillt wer also besonders viele Monster unterwegs erledigt der kriegt eben auch nochmal XP und so weiter aber das geht eben immer auf das Risiko werde ich dann erwischt von anderen so das ist also jetzt das Level meines Hunters und dann gibt es unten noch den Bloodline Rank mit dem ich der also immer gleich bleibt mit dem ich dann kontinuierlich Sachen freischalte wenn der Hunter stirbt dann ist natürlich alles weg für diesen Hunter aber diese Blood Rank Geschichten die bleiben eben so kann ich mir noch angucken was habe ich hier alles gemacht schön wie viele Hunter habe ich jetzt eigentlich gekillt? Drei? Moment den einen habe ich von ach dann zählte der für mich? ja ich weiß es gar nicht aber das gefällt mir auf jeden Fall gut vielleicht im nächsten Match dann mal tatsächlich zu zweit ausprobieren jetzt mal gucken was habe ich neu gewonnen also ich kann mir jetzt hier im Store kann ich mir naxt freischalten die ersetzt dann die Primärwaffe ist natürlich risky ok dann was habe ich hier noch eine abgesägte Schrotflinte die als Sekundärwaffe wäre natürlich ganz geil muss ich gleich mal gucken ob das Sekundärwaffe ist beziehungsweise ich kann mir jetzt hier meinen Jäger anschauen was hatte der da hier habe ich nochmal kann ich nochmal mehr Hitpoints kaufen oder eben die Trades und was was ich gemerkt habe weil ich mal zufällig einen Hunter hatte der das hatte der hatte hier Fanning kennt man vielleicht auch von Red Dead Redemption da kann er besonders schnell schießen mit Pistolen und weil der Typ hier auch noch diese Pistole hat mit diesem absurden Gurt würde sich das natürlich anbieten denn mit dieser Fähigkeit diesem schnellen Schießen habe ich schon oft Jäger was heißt schon oft das ist mein drittes viertes Match Jäger im Nahkampf erlegt und das ist wirklich sehr cool ja apropos Jäger die kann man also hier rekrutieren die haben dann unterschiedliche Fähigkeiten die man sich normalerweise dann irgendwie kaufen müsste aber die bringen die eben automatisch schon mit kosten allerdings auch Geld wenn man die anheuern will und das Geld ist natürlich begrenzt wobei ich starte mit 3000 Dollars oder 2000 weiß ich gar nicht ich habe aber schon ordentlich Kohle gemacht das ist also das da kann man schon mal ein bisschen was raushauen die Kombinationen hier gefallen mir allerdings alle nicht so deshalb kann ich jetzt hier auch sagen ich würfel mal durch und habe jetzt hier ein paar neue gestalten hier der hat halt jetzt hier so eine Schrotflinte mit einer Axt dran die normalerweise wohl erst relativ spät im Spiel mit hohen Rangpunkten erst zu haben ist und hier der hat einen regenrechten Sniper also da muss ich mal gucken was ich in der nächsten Runde mal spiele wenn es euch Spaß gemacht hat dann schaut mir gerne zu vielleicht spiele ich dann auch mal zu zweit aber ich habe gerade mehr Spaß daran alleine gegen Teams anzutreten denn das hat ja jetzt gerade auch sehr gut funktioniert dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen ihr seid die Besten und ich bin der Fabian tschau